Man weiß nicht, welche Emotionen man trifft, wenn es negatives Feedback gibt im Team. Also da kann es eben um die Jobsicherheit gehen, da kann es um Schuldgefühle gehen, weil man vielleicht irgendwas zu spät verstanden hat und dementsprechend der Prozess anders gelaufen ist. Und da finde ich wieder passend dazu, dass wir natürlich sehr oft die One-on-One-Gespräche als positiv herausheben. Und wie du es gesagt hast, genau damit muss man ja etwas aufbauen. Das heißt, je früher ich beginne, diese offene Kommunikationskultur zu haben, wo einfach beide Seiten wissen, dass ich jederzeit in One-on-One-Gesprächen, wieder angemerkt, unsere One-on-One-Gespräch-Idee basiert ja auf dem Konzept, dass immer zuerst die Mitarbeitenden zur Führungskraft kommen, um irgendetwas zu besprechen, was sie gerade beschäftigt. Wenn ich jetzt diesen Prozess schon lange führe und Mitarbeiter jedes Mal kommen können, wenn sie irgendwie Issues haben, dann wird das, was du erzählt hast, das Allereinfachste der Welt werden. Nämlich, dass ich dann den einzelnen Teammitgliedern sage, wir möchten den Prozess jetzt quasi in One-on-One-Gesprächen einfach gemeinsam reflektieren, dass wir den neuen Prozess entsprechend anpassen können. Na, da wird das Teammitglied bestimmt keine Probleme haben, sich dort quasi zu öffnen und auch das Feedback dann anzunehmen. Und das finde ich fast sogar besser, als es im Team lösen zu müssen. Selbst wenn ich im Team den Prozess gestaltet habe, jetzt wie du es erklärt hast, denke ich mir, es ist eine viel, viel größere Nähe und Sicherheit da, wenn ich das in One-on-One-Gesprächen die Feedback-Prozesse gebe. Weil unabhängig davon, wie erfahren das Team ist, zum Beispiel, wie du es ja gesagt hast, wenn es sehr erfahren ist und man schon relativ gute gemeinsame Team-Prozesse hat oder Prozesse hat, Feedback im Team einzuarbeiten, selbst da würde ich sagen, in One-on-One-Gesprächen das Ganze zu klären, gibt beiden Seiten eine ganz andere Sicherheit. Dass ich weiß, es ist, es gibt keine, es wird nicht nach Schuldigen gesucht oder man muss sich nicht die Blöße geben, man wird nicht irgendwie, wie man so schön englisch sagt, outgecalled jetzt in der großen Runde mit, ja, und übrigens, der Fehler ist der Person unterlaufen. Sondern man kann das ja sehr wohl anleiten, diesen Feedback-Prozess im Team und sagen, wir haben Feedback bekommen über dieses kleine Projekt, in den nächsten zwei Wochen kümmern wir uns um die Aufarbeitung. Und dann manage ich meine One-on-One-Gespräche. Dann werden nämlich genau alle einzelnen Teammitglieder auch wissen, okay, wir können uns in Ruhe damit beschäftigen, was dann auf uns zukommt. Und wieder, wie wir es ja bei Zielen auch schon gesagt haben, das ist ja schön, dass quasi dann mehrere Schleifen zu fahren, dass man eine Schleife sagt, in der ersten Runde möchte ich, dass ihr mit euren Erfahrungen zu mir kommt über das letzte Projekt, dann sprechen wir drüber und in der zweiten Runde komme ich mit meinen Erfahrungen oder meinem Feedback, das quasi von oben gekommen ist, und dann versuchen wir im Abschlussprozess die Dinge zusammenzubringen. Und dann wird das Team auch vielleicht untereinander ganz anders über die Probleme kommunizieren können. Und ich muss nicht diesen Druck erhöhen, dass ich in der großen Runde die Liste mit Fehlern dann durchgehe und dann jeder auf jedem gezeigt wird, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht. Macht ja keinen Sinn. Also es macht ja, das muss ja ein gutes Gefühl sein. Also es geht ja eben wieder, wie du es gesagt hast, um dieses Unterstützen des Teams. Also ich muss quasi die ganz schlechten negativen Dinge abbremsen und in ein richtiges Format bringen. Und das ist das Beste, in einem einzelnen One-on-One-Gespräch zu machen und in mehreren Schritten, dass sich alle einfach sicher genug fühlen, das Feedback aufzunehmen, würde ich sagen.